Na, was ist das wieder für ein Assassinenauftrag? Grabräuber. Eine Gruppe britischer Grabräuber ist in diesem Gebiet aktiv und sucht nach Friedhöfen, die sie plündern können. Setzt diesem abstoßenden Treiben ein Ende. Okay, Auftrag annehmen. Wo ist denn diese Bande? Oder was auch immer. Och, da hinten. Hä? Hä? Wo ist denn? Das ist ja ganz weit weg. Das ist doch wieder ein anderer Ort. Okay. Gut, dann gehe ich da mal hin. Gleich, warte. Ich schaue jetzt erstmal auf die Karte. Warte mal, halt. Das ist wo? Ah, okay, dann mache ich erstmal das vor da hinten. Das werde ich mir dann mal holen. Ich hoffe, ich kann das überhaupt. Ich weiß gar nicht, ob das nicht zu hoch ist oder so. Keine Ahnung. Sollte aber eigentlich gehen. Hoffe ich. So, wo war denn jetzt das Schiff? Hier vorne irgendwo. Ach, hier. Genau. Hier wächst eine Palme im... Ne, doch nicht im Wasser. Oder? Doch, die wächst tatsächlich im Wasser. Krass. Wächst da einfach mal so eine Palme im Wasser, ne? Was es alles gibt. Unfassbar. Jetzt. Okay, du sollst aufs Schiff rauf. Das heißt, ich muss jetzt erstmal hier irgendwie rauf. So, genau. Jetzt. Hallo? Er geht da ernsthaft nicht hoch. Also manchmal frage ich mich echt. What the fuck? Hä? Was? Wieso ist er jetzt... Ich frage da gar nicht nach. Gut, dann schwimme ich halt zum Schiff. Guck mal, hier ist auch schön. Kann ich hier eigentlich rauf? Ach, hier kann ich sogar rauf. Bringt mir nur nichts. Ist ja toll. Hier geht er übrigens nicht rauf. Wollte ich nur mal anmerken. Aber hier geht es doch irgendwo... Na, genau, hier. So. Ist bloß falsch. Ich muss nämlich zum Heck. Und nicht zum Bug. So. Okay. Na dann. Ja. Äh... Steuerruder nehmen. Und dann wollen wir mal losfahren. Zwei Hochaufträge. Wow. Ich will den gar nicht rammen. Ich fahr da mal geschickt dran vorbei. Gekonnt. Ja. Es war nicht dran. So. So. Reisegeschwindigkeit. Okay. Ich wollte... Ich muss erst mal auf die Karte gucken. Ich wollte eigentlich erst mal zum Vor. Wo war es denn? Huch. Da hinten. Ach du Scheiße. So weit weg. Na egal. So. Zweieinhalb Kilometer geht ja noch. Wie schnell ist das eigentlich, wenn ich so... Weiß nicht, wie schnell fährt so ein Schiff. 40 kmh vielleicht. Oder 50. Sieht ja aus wie... Oh, erbeuten wir das mal. Hoch hat er nicht. No. Hat er nicht erbeutet. Komisch. Hoch. Wa... 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 Hilfe. Zu nah einer Insel. So. Okay. Na weiß ich nicht. Bei 60 kmh wäre es zumindest... Oh. Ein Wal. Bei 60 kmh wäre es wie schnell? Ja, ein Kilometer pro Minute dann halt. Bei 30 kmh sind es ein Kilometer pro zwei Minuten. Könnte man eigentlich mal ausrechnen. Na ja. So, Sperrgebiet. Ach, echt. So, ich hoffe jetzt ist nicht wieder Sturm. Ich guck mal halt... Äh... Ja, das... Stufe 32 sollte ich eigentlich hinbekommen. Da hab ich schon ein schwereres voreingen... Voreingenommen. Haha, verstehst du? Voreingenommen. Ich bin sehr voreingenommen. Nein, bin ich nicht. Äh... Hier hab ich eine Truhe gesehen. Da kann ich ja nicht wieder stehen. So, mit zwei kann ich den Ort ansehen. Das ist ja sehr toll. Weißt du, so ein kleines Zweckchen. Okay, fahren wir mal etwas langsamer und halten wir mal an. So. Und dann einmal rüber und hoch. Nein. Ach, Mann. Was mach ich denn? Nein! Alter! Ich lenke doch komplett woanders hin. Ach. So, jetzt springen wir mal ins Wasser. So. Richtig mal. Tja. Hm. Da vorne ist eine Truhe. Bestimmt ist da sehr viel drin. Schauen wir mal. Lohnt sich bestimmt total. Na. Na. Was ist das hier? Ach, da vorne ist die Truhe. Erbeuten. Na ja, immerhin. Na ja. Hm. Geht. Ja, war jetzt nicht so viel. Aber ist okay. Würde ich jetzt mal sagen. Aber ich möchte erstmal das Vorein nehmen. Dann hab ich das Voreingenommen. Ah, ha, ha. Schlechter Wortwitz. Hashtag schlechter Wortwitz. Ach, immer diese Hashtags. Mann. Und immer dieses irgendwo hochlaufen, wo man gar nicht hin will. Käpt'n steuert selbst. Gebt mir etwas warm. Natürlich steuert der Käpt'n selbst. So. Komm ich hier rum? Ja, da komm ich rum. Da komm ich. Uah, da komm ich nicht rum. Jetzt komm ich rum. So. Hatte ich ja mal den Tipp, dass, äh, dass man besser lenken kann. Das Schiff, wenn man langsamer fährt. Oder die Manövriergeschwind... Nee, Manövrierfähigkeit verbessern kann dadurch. Aber ernsthaft. So, da vorne ist das vor. Ich weiß immer noch nicht, wie ich den Mörser einsetze. Keine Ahnung. Ich kann nicht schneller fahren irgendwie. Wieso kann ich nicht schneller fahren? Achso, treffe ich sogar. So, warte. Das Problem ist nur, so treffen die mich auch. Oder auch nicht? Na nun, hä? Hat sich gerade irgendwie wegbewegt und dann doch nicht? Puh, kann ich retten? Na. Naja. Oh, nochmal da rauf und dann da. Und naja, das sieht jetzt nicht so schwer aus, das vor muss ich dazu geben. Ich darf mich bloß nicht so viel treffen lassen. Jaja, Entdeckung gehen, ja. Wie soll das überhaupt funktionieren, Entdeckung zu gehen? Naja. Oh, hier ist gleich die Insel da. Sollte ich nicht unbedingt hinfahren. Warte. Hilfe. Wo war hier rum? Komm ich hier rum? Ja. Ja. So, ich musste mal irgendwas... Ach, ich hab schon was zerstört hier. Ist ja krass. Huh. Habt ihr schon kaputt? Na komm schon. Geh kaputt. Jetzt bitte nochmal schießen. Genau. Oh, erbeuten wir das mal. Ach, Feuerfässer sind schon voll. Okay. Naja. Oh. Ach, guck mal. Da ist ein kleines Schiff. Da war ein kleines Schiff. Das Ding ist ja immer noch nicht kaputt, oder? Ach doch, ist schon. Aber das andere Ding schießt doch nicht. Warte mal. Halt. Können die mich überhaupt hier sehen? Frag ich mich. So, fahr ich hier mal weg. Okay, was ist da vorne? Ach, treibt gut. Erbeuten wir das mal. Guck mal, was haben wir da? Ein Schiff. Na komm schon. Ja, das kann man doch gleich. Nochmal. Okay. So, eingenommen. Juhu. Ha, ha, ha. Juhu. Joho. Piraten haben's gut. Oder so. Okay, da vorne soll ich hin. Uah. Nanu, jetzt dreh mal um, bitte. Uah. Na, komm schon. Alle Segel, sie verträgt das. Let's top, Ram und Mordsegel. Nehmt die Raren aus dem West. So. Okay. Ich fahr mal etwas langsamer. Alle Segel, Raffen. Kann ich mich mal drehen? Ne. Mist. Na, komm schon, du komisches Schiff da. So, darf ich jetzt? Ja, jetzt darf ich das verlassen. Okay. Dann spring ich mal vom Heck diesmal. Mal ganz ungewöhnlich eigentlich. Habe ich sonst nie gemacht. Also wirklich nicht. Naja. So, schießt denn noch wer aufs Schiff? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist vom Spiel aus her, dass jemand auf mein Schiff schießt, wenn ich gar nicht auf dem Schiff bin. Ich hoffe mal nicht. Naja. So, ich soll da ein paar Offiziere eliminieren. Wo ist sie? Ach. Gucke mal, wen haben wir denn da? Och, Alter. Ich habe ihn doch fast im Kopf getroffen. Der muss doch schon tot sein. Ist er aber nicht. Jetzt. Oder? Ja, siehst du, jetzt ist er tot. So. Na, komm schon da hoch. Und da hoch. Und da ist auch schon der nächste, den ich umbringen soll. So. Und den haue ich auch nochmal platt. So. Wo ist denn? Och, Alter. Was willst du von mir? Na, komm schon. Jetzt. Triff doch mal. Ich sehe ja auch gerade nichts. Die Kameraperspektive ist wieder richtig toll. Naja. War wahrscheinlich die Mauer im Weg. Ne, weiß ich nicht. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Wir sind das voll. So. Naja. Den Kriegsschrauben erreichen. Huch. Ich bin so blöd. Ich laufe noch durchs Feuer. Oh. Halt. Hallo? Ich bin doch schon da. Tür öffnen. So. Hm. Tja. Ich meine, ich bin ein Pirat. Ich habe da keine moralischen Bedenken, ne? Als Pirat. Ich habe schließlich das Ganze voreingenommen. Dann kann ich auch den, äh, da töten. Echt mal. Ja. So. Guck mal. Nächster Sektor aufgedeckt. Das ist ja praktisch. Da unten wäre das nächste vor, aber ist ja auch wurscht. So. Ach du Scheiße. So viel hier zu tun. Na Gott. Na Gott. Jetzt werden die auch angezeigt. Die ganzen Thronen. Das ist ja praktisch. Das heißt also, wenn ich langeweile habe, kann ich alles mal abfahren. Hm. Naja. Ich glaube, da werde ich Überlängefolgen machen. Weil es so spannend ist. Ne. Aber dann ist das nicht. Oder am Ende des Letztes. Ach. Das sind ja meine Freunde. Wollte ich gerade hier wieder instinktiv die Waffen rausnehmen. Aber das, äh, macht ja nicht viel Sinn. In dem Falle. Hm. Naja. So. Komme ich hier irgendwie hoch? Na. Hier. Muss doch irgendwo ein Weg nach oben sein. Wo ist er denn? Wo ist er denn nur? Ja. Wo ist er denn jetzt? Ja. Weiß ich auch nicht. Verdammt. Dieser Weg. Er wird definitiv kein leichter sein. Pulverfässer. Ach so. Ja gut. Die explodieren, wenn man auf die schießt. Das ist toll. Hilft mir jetzt aber gerade auch nicht. Hier ist ein Aufzug. Äh. Ich könnte doch irgendwie den Aufzug benutzen. Ah. Keine Ahnung, was ich jetzt genau gemacht habe. Aber er hat den jetzt benutzt. So jetzt. Ach, Alter. Ich will nur noch da hin. Manchmal stellt er sich auch echt dämlich an. Oder ich. Ich weiß es nicht. Hier soll noch, äh, die ist bestimmt oben, die Truhe. Hoffe ich. Glaube ich. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, da ist sie ja schon, die Truhe. So. Truhe. Okay. Ein paar richtig tolle Sachen sind da drin. Ich muss jetzt hier rauf. Dann muss ich hier einfach rüber, 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 rüber. Und noch weiter rüber. Huch. Nein, du sollst. Ach Mann. Was hat er denn jetzt schon wieder gemacht? Du sollst hier hin. Genau. Dann da rüber. Hier hin. Genau. So. Äh, hier ist sonst nichts mehr. Da unten irgendwo. Nee, hier irgendwo ist ein Animus-Fragment. Ich weiß bloß noch nicht, wo. Ähm. Laut Karte. Ach, da unten. Ah, hab ich's schon. So. Zwei von zwei. Was fehlt denn hier überhaupt noch? Ach, der eine Assassin. Nee, Marineauftrag natürlich. Scheint es jeweils einen Profort zu geben. Hm. Tja. Das ist, äh, sehr Profortabel. Ach, hier ist schon die Hauptmission. Und da ist das Attentatsziel. Tja, was mach ich denn zuerst? Ich glaube, ich fahr tatsächlich mal zu Pinos Isle. Oder wie es ausgesprochen werden soll. Pinos vielleicht auch? Nee. Nee, Pinos ja nur, wenn, wenn so, äh, wenn so eine Welle auf dem I ist. Äh, nicht auf dem I, auf dem N natürlich. Ist spanisch. So. Ja, kommt einem denn auch spanisch vor? Aua. Egal. So, zurück zum Schiff. Ja, ich würd sagen, wir fahren nochmal zu Pinos Isle schnell. Oder Pinos? Pinos? Keine Ahnung. Pinos. Ich nenn's jetzt Pinos. Da ist noch jemand, den ich retten kann. Aber, nö. Ist mir grad zu blöd. So, komm ich da eigentlich irgendwie durch? Ich weiß es gar nicht. Hab's auf der Karte jetzt nicht erkennen können. Sah so aus. Aber, sicher bin ich mir nicht. So. Ich muss auf jeden Fall, was ich noch machen muss, ist auf jeden Fall alle Phores einnehmen. Ist das die richtige Mehrzahl? Oder heißt es Pforte? Keine Ahnung. Kranu, Fink, Pforte. Nee, was? Weiß ich nicht. Erbeuten wir das hier mal. So, ich glaube hier muss ich hin. Ach, hier ist der Assassinenauftrag oder was? Nee, weiß ich nicht. Sieht so aus. Erbeuten, retten kann ich hier nicht. Der ist auf der anderen Seite des Felsens. Ist das hier der Assassinenauftrag? Nee. Ach nee, der ist an Land. Scheinbar. Da, blöde Schiff. Ich muss erstmal gucken, dass ich hier überhaupt irgendwie einen Kampf gewinnen kann. Na nun. Weil das leider so ein bisschen hier eng ist. Na ja, ja, eng ist es hier halt, weißt du? Ist halt doof. So, was mache ich denn mit dem Schiff? Ich glaube, das kann ich sogar in die Flotte aufnehmen. Sieht ganz gut aus. Uah, hier ist ja eine Insel. So. Halt. Nein, du sollst das Steuerruder nehmen und dann da vorne hinfahren. Und das Schiff dann entern, bitte. Zum Entern-S halten, genau. So, dann ruf. Ich fährt da so rum. Ich frag da gar nicht nach. So, benutzen wir das Ding hier mal gleich. Allerdings sind wir, glaube ich, noch zu weit weg, ne? Nee, doch nicht. Ja, ich weiß, wie ich die abfeuere. Ich möchte bloß erstmal überhaupt treffen. Habe ich schon wen getroffen? Ich glaube, ja. Puh, das ging irgendwie daneben, oder? Nee, doch nicht. Wo kommt der auf einmal her? Ich glaube, da ist gerade einer einfach so gespawnt. Sah irgendwie seltsam aus. Naja. Oh, und jetzt ruckelt's. Na, komm schon. So. So. Ich glaube, die große Kunst hierbei ist einfach... Alter, wo steht der denn? Hä? Ich glaube, der steht in der Luft. Der steht... Nee, nicht ganz, aber so ein bisschen in der Luft. Bin ich denn gerade? Ach, hier vorne bin ich. Natürlich. Na, komm schon. Gegnerische Kundschaft da töten. Welche Kundschaft da denn? Weiß es nicht. Woran erkenne ich die denn? Hm. Ich muss ja erstmal dran denken, die alle hier zu töten. Also, nee, nicht dran denken, sondern mich darum kümmern, die alle zu töten. Und dann muss ich erstmal... Ja, wie das gerade... Bäh. Zu viele Elemente auf dem Bildschirm scheinbar. Sind das die Kundschaft da? Keine Ahnung. Wann soll ich die denn erkennen? Weiß es nicht. Huch. Alter, wieso habe ich denn gerade nur 27 FPS? Also, wenn man die ganze Zeit nur E drückt, zwischendurch mal Alt und natürlich die Maustaste zum Angreifen, sieht das gar nicht so schwer aus. Wo sind denn diese Kundschaft da, verdammt? Ich verliere dauernd Crewmitglieder, aber ich habe keine Ahnung, wo die Kundschaft da sind. Sind das die Kundschaft da? Wieso haben die eigentlich alle weiße Haare? Wer denkt sich denn sowas aus? Wieso trägt man... Oder wieso hat man sowas getragen? Verstehe ich nicht. Na, komm schon. Jetzt. Alter. Wo zur Hölle sind denn diese Kundschaft da? Huch, da fliegt die Axt ganz komisch weg. So. Da sind aber immer noch... Also, irgendwas... Sind die auf meinem Schiff oder was? Nee. Nee, nee. Wo sind die denn? Hier wird sogar angezeigt. Ach, da oben drauf. Ach so. Halt. Aufzug. Ha ha. Kundschaft da. Huch. So. Einer ist tot. Der andere auch gleich. Warte mal. Komme ich da rüber? Ja, da komme ich rüber. Huch. Nanou. Der steht aber auch selten dämlich. Jetzt haben wir es geschafft. Und theoretisch noch runter, aber das brauche ich gar nicht. So. Was ist das überhaupt für ein Schiff? Ich habe gar nicht geguckt. Aber ich glaube, es ist ganz gut. Das sollte ich vielleicht doch, äh... in die Flotte aufnehmen. So. Ja. Guck mal, wir haben sogar einen neuen Käpt'n. Yeah. Das ist ja toll. So. So, ich würde sagen, jetzt haben wir ein neues Schiff in der Flotte. Jetzt können wir nochmal... Wo ist denn hier... Ach, da vorne ist natürlich die Insel. Moment. Da gehe ich nochmal hin. Oder fahre ich nochmal hin mit dem Schiff. Und dann mache ich mal eine Aufnahmepause. Oder? Ja. Ja. Ist schon wieder Zeit dafür. Ich muss heute nämlich nochmal New Super Mario Bros. V aufnehmen. Da ich heute Morgen nur eine Folge aufgenommen habe. Und naja, irgendwie muss ich ja noch für morgen noch eine aufnehmen. Auch wenn es jetzt schon wieder kurz vor 23 Uhr ist. Aber naja. So. Dann schwingen wir uns mal rüber. Und tauchen ein. Und sind auch schon auf dieser wunderschönen Insel. Und haben ein Schnellreiseziel freigeschaltet. Was ist denn hier? Was ist das überhaupt? Ist hier irgendwas? Keine Ahnung. Ich war hier noch nicht. Hm. Ach Mist. Ich kann schon wieder nicht aufhören. Aber ich meinte doch nicht. Verdammt. Ach komm. Ich mache nochmal den Assassinenauftrag hier. Rücken Sie v. Und das Adlerauge. Ja, ja, ja. Ist ja gut. Oh. Da haben wir jemanden, den ich nicht unbedingt nicht in Kämpfe verwickeln lassen. Okay. Wo ist denn hier? Warte. Warte. Ich sehe natürlich hoch. Ich laufe mal runter hier. Heißt nicht in Kämpfe verwickeln lassen eigentlich, dass ich nicht direkt kämpfen soll und nur Attentate verüben soll? Oder wie jetzt? Ich weiß es nicht so ganz. Hier soll ich hin. Warte mal. Huch. Also ich glaube, das heißt nicht nicht in Kämpfe verwickeln lassen. Aber egal. So, da war eine Truhe. Ich muss erstmal gucken, wen ich überhaupt töten soll. Ich weiß es nicht so ganz. So, erstmal muss ich mich darum kümmern, dass ich hier nicht von allen Seiten umgebracht werde. Was, glaube ich, gar nicht so leicht ist. Ich glaube, ich probiere es mal mit einer Rauchbombe. Oder auch nicht. Ähm, Moment. Hilfe. Was machst du denn da? Ich muss jetzt erstmal fliehen. So. Hilfe. Irgendwie hat er keine Rauchbombe geworfen. Habe ich die richtige Taste gedrückt? Ich glaube, ja. Ist ja seltsam. Naja. So, ich gehe jetzt erstmal hier hin. Hier kann ich mich ein bisschen regenerieren, bis die hierher kommen. Dauert es ein bisschen. Siehst du, da ist schon der Erste. Oder auch nicht. Er ist zu dumm, um rüber zu kommen. Natürlich. Ach du Scheiße. Ähm. Kontern wir mal ein bisschen. Wow. Hilfe. Ich glaube, das war nicht die beste Vorgehensweise. Ich bin mir da aber nicht so ganz sicher. Hm. Naja. Na komm schon. Stirb. Und stirb. Auch du. Und na komm schon. So. So. Von dem Assassinenauftrag mache ich doch noch mal eine Folge. Auch wenn es dann halt ein bisschen länger ist. Aber ist ja wurscht. So. Sind die Folgen halt ein bisschen länger. Da ist jemand, den ich nicht unbedingt gebrauchen kann. Ist ja ganz seltsam. So. Wen soll ich denn überhaupt töten? Wo ist denn der? Weiß es nicht. Da ist ein Animusfragment. Ich sehe noch niemanden, den ich töten soll. Aber das kommt bestimmt noch. Ich schaue mal. Hier irgendwo soll er sein. Angeblich. Bestimmt hier irgendwo in der Menschenmenge drin. Na. Wo ist es? Ist hier irgendwo wer? Hallo? Wo ist denn hier? Na. Da muss doch irgendwo. Ah Mann. Hier muss doch irgendwo einer sein. Gibt es ja nicht. Wo sind die denn? Wer hat die Karte? Ich muss selbst nachschauen. Okay. Das ist ein toller Untertitel. Hilft mir aber nicht wirklich weiter. Da sind solche Viecher. Wo ist denn der Typ? Hier kann man durchgucken. Durch den Fels. Keine Ahnung, ob das gewollt ist. Wo ist denn der Typ, den ich töten soll? Sind die oben drauf? Oder sind die irgendwie drin? Oder was? Ich weiß es gerade nicht. Sind hier oben welche? Nee. Aber hier ist eine Truhe. Erbeuten wir das mal. Und dann kann ich nur mal nach oben gehen. Aber hier ist doch niemand. Wo sind die denn? Naja. Dann synchronisiere ich mich mal. Mit dem Ganzen. Aber ich sehe hier gerade keine Feinde. Ganz seltsam. Hier sollen die angeblich sein irgendwo. V drücken um das Adlerauge. Ach. Da drin. Nee. Ach nee. Das ist ja so ein Ding. Mist. Ich sehe die auch nicht. Ist ja sehr seltsam. Springen wir mal da rein. Hilft mir aber auch nicht wirklich weiter. Leider. Hm. Noch ein Animusfragment. Hier unten bestimmt drin. Ach. Hier kann man auch rein. Natürlich. Ich weiß gar nicht welches das Ziel ist jetzt gerade. Ah. Offensichtlich das hier. Nee. Doch nicht. Dann muss es ja hier irgendwo. Also. So ein Tier hier. Mein Gott. Buch. Wow. Blödes Viech. Ach. Ach. Der ist schon ausgeführt. Der Assassinenauftrag. Ne. Das ist ja praktisch. Jetzt probiere ich trotzdem mal. Dieses Viech hier zu erlegen. Hallo. Ach man. Jetzt läuft das hier wild hin und her. Wieso macht es das? Ich weiß es nicht. So kann ich mal häuten. So. Kann ich auch überspringen. Aber mein Gott. So ein Knochen. Und ein Pantherpelz natürlich. Von Paul Panther. Ne. Der hieß ja. Der hieß ja Paul Panzer. Uh. Ach du Scheiße. Lad doch mal schneller nach. Ja. Jetzt brauche ich nicht mehr E drücken. Jetzt ist das Viech schon tot. Liebes Spiel. So. Ja. Herstellungsmenü öffnen. Ach so. Ich kann Schlafffeile herstellen. Das ist ja sehr schön. Was mache ich denn jetzt hier? Ich wollte eigentlich die Aufnahme beenden. Ich glaube ich sollte dazu aber erstmal aus dem Sperrgebiet rausgehen. Und außerdem habe ich das hier sowieso gleich abgeschlossen oder? Sieht jetzt nicht danach aus als wäre hier noch viel. Schauen wir mal. Was ist das hier? Eine Kiste? Numero. Ach. Ist doch noch mehr offensichtlich. Okay. Wie groß ist denn das? Ah ja. Okay. Gut. Verstehe. Gut. Dann würde ich sagen ich beende mal hier irgendwo die Aufnahme. Einfach mal hier in den Busch drin. So. Ja. In dichter Vegetation können sie sich verstecken und unbemerkt bewegen. Das ist ja toll. Ja. Auf jeden Fall sehen wir uns dann hoffentlich beim nächsten Mal und ich. Ja. Hoffe euch hat's gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ahoi ihr Landratten und Tschööööhh.